Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Playstation 3 und willkommen zu Let's Play Together GTA 5 Flugschule. Wir müssen heute mal in die Flugschule, genau. Und viele fragen mich, wie kommt man eigentlich zu der Flugschule? Irgendwann mal im Spiel, wenn du viele Missionen machst, kommt irgendwann mal so eine SMS, das war zumindest bei mir, eine SMS. Die Flugschule ist verfügbar. Am Anfang gibt es diese Flugschule noch nicht, das heißt, ihr müsst immer ein bisschen warten und ein paar Missionen machen. Wir machen heute mal die Flugschule. Flightschule habe ich übrigens alles bestanden und wir werden mal einen Teil davon fliegen und gucken mal, was wir so heute machen werden. Übungsstart haben wir hier. Fallschirmsprung, spring aus größer Ruhe und versuche ein stationäres Ziel zu landen. Das werden wir heute mal machen bei Let's Play Together YouTube Gamescom. Let's Play. Falt hier im Sprung. Oh Gott, mitten in der Nacht auch noch. Let's go und wir springen. Yo. Kopf nach unten. Warte mal, ich muss ein stationäres Ziel landen? Äh, stationäres Ziel muss ich irgendwie finden. Was für ein Ziel. Oh nein. What the shit. Ups. Zu früh abgeworfen. Was soll man machen? Wir machen das nächste. Verlassen. Ja. Wir wollen heute mal was anderes machen. Fallschirmsprung ist ganz cool. Aber. Ähm. Lande den Flieger auf einer Brücke. Das ist wie dieser Thomas oder Michael Rust oder wie der heißt. Damals BDR so. Landet so ein Typ in Moskau. Auf dem Roten Platz. Gab's mal wirklich. So. Moin, moin. Also irgendwie sieht dieser Trevor aus wie Peter Maffay. Oh Gott. Nichts muss ich hier landen? Ehrlich jetzt? Oh. Oh shit. Ah, Fahrzeug. Achtung. Achtung, 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 Achtung. Ist gar nicht mal so. Oh Gott. Oh Gott. Ist gar nicht mal so leicht hier auf so einer Brücke zu landen. Oh Gott. Wo ist jetzt die Brücke? Oh Gott. Da muss ich jetzt landen, Leute. Äh. Uäh. Boah. Da wird es mir einmal richtig schlecht. Das Fahrzeug wurde zerstört. Man braucht ein bisschen Fingerfertigkeit, um das zu schaffen. Gehen wir mal raus aus der Flugschule. Besser ist es. Aber ich bin wirklich ein guter Flieger eigentlich sonst. Das Atomic Luftschiff, das ist kein Problem für mich. So. Hoppama. Okay. Ja. Ach da. PSN-Freund von mir. Ne, danke. Flugschule ist vorbei. Raus aus der Schule. Machen wir was anderes. Was cooleres. Ich wollte schon immer eine Passagiermaschine entführen. Das werden wir jetzt auch machen. Ich glaube, meine Augen täuschen mich. Aber was sehe ich da vorne? Oh. Ein Helikopter. Wie geil ist das denn? Stopp. 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 Sagen, was ich jetzt mache? Nein, nein. Ach, ich will doch gar nicht dein scheiß Taxi. Halt, stopp. Hey, ich will nicht dein Taxi. Ach, ich will schon dein Taxi, aber... Ich will da nicht einsteigen. Ach, scheiße. Warum müssen immer die Bullen kommen? Jetzt muss ich die auch noch töten. Vielen Dank dafür. Ich hätte euch am Leben gelassen. Ah, wenigstens in dem kleinen Häuschen ist kein Bulle. Das ist ja auch schon mal was. Ah, weg hier. Stopp. Oh, geil. Ein Ferrari. Vielleicht mal Handschalten hier. Da vorne. Ja, das Flugzeug von der Deutschen Post. Oder sagst du, das Haribo-Flugzeug. Sieht auf jeden Fall so aus. Bam, bam, bam. Oh, da fliegt gleich einer los. Welche kapern wir uns? Also diese Maschine, die vor uns ist, sieht ganz geil aus. Ich glaube, die nehmen wir. Ja, Leute. Die nehmen wir. Die kapern wir jetzt. Und dann fahren wir mit der mal richtig geil Amok. Aber da muss ich aufpassen. Die Maschine muss sich rückwärts starten. Sonst habe ich ganz schlechte Karten. Hallo, meine Damen und Herren. Und willkommen zu Flug YouTube Gamescom. Wir starten unsere Reise in wenigen Minuten. Willkommen bei Ido. Oh, warte, sag mal. Steht da? Adios. Ja, leid. Was sagt mir jetzt nichts? Oh, ich hoffe, das tut viel ein bisschen. Ach, ja. Wir schaffen es abzuheben. Nein. Alter, mit was bombardieren die mich? Mit Raketenwerber oder was? Wieder Aussagefecht. Das gibt es doch gar nicht. Also so eine große Maschine zu kapern, das ist gar nicht mal so einfach, ey. Mann. Ist das schwer. Junge, Junge, Junge. Jetzt habe ich noch voll fette Handyrechnung, äh, voll fette Krankenhausrechnung. Mach es mal auf. Guck mal jetzt auf den Score, ey. 1000 Dollar soll ich bezahlen. Das ist ja mal Wucher, sag ich euch, Wucher. Jo, Leute. Ich gehe jetzt ein bisschen in den Stripclub und schaue mir ein paar geile Shows an von den knappe geleiteten Damen. Könnt ihr ja noch schnell mitkommen. Nämlich da gehe ich jetzt hin. Ausdauer steigt auch schon fett. Aufstehen! Was hasse ich? Diese Leute in Osantos fahren mir immer weg. Scheiße. Ah, jetzt haben wir hier nur die Bullen am Start. Hilfe! Ah, komm schon. Explodieren. So leicht funktioniert das auch nicht. Komm her. Ja, toll. Ich wollte doch nur ins Stripclub rein. Merk, das war eine geile Frau. What the fuck, ey. Shit. Mann. Dr. Tree hat eine Gun, Alter. Kommt schon, ihr Bullen, Alter. Wow. Was hast du nur für eine schöne Waffe hier? Na, warte. Hier, für euch. Wie explodiere ich das Ding? Lalalala. SMS. Ron. Lass mich doch mal hier gucken. Ach. Pricky job. Pricky job. What the fuck? Die Waffe ist leer. Na toll. Shotgun. U2, ja. Boom. Ja, Leute, das war Let's Play Together. GTA 5. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer U2 Gamescom auf der Playstation 3. Ciao. Ciao. Ciao.